Detlef Mit sich nur Terror Als Terror gefällt, der bleibt besser als zuvor Keine Arbeit, kein Stress Nur bei Schattenlikern Er hört gerne Fleisch, Käse und Zwölf Bier Seine Eltern moten, dass der Spielklavier Er hört gerne Fleisch, Käse und Zwölf Bier Seine Eltern moten, dass der Spielklavier Detlef ist ein Gastarbeiter im Osteuropa In Deutschland ist er ein durch die Nase Pisse Im Osteuropa ist er ein Landesminister Spargelmten ist seine Hauptbestimmung Die Entezeit ist seine einzige Gewinnung Detlef kommt aus der deutschen Bundesrepublik Mit Alkohol ist er intensiv verliebt Trinken hat er gerne mit Sonnenbumenkerne Da sitzt er in seine abgeschissene Taverne Er hört gerne Fleisch, Käse und Zwölf Bier Seine Eltern moten, dass der Spielklavier Im Alltag kann er überhaupt nicht vertragen Deshalb kriegt seine Liebe ein total Schaden Detlef ist ein Gastarbeiter im Osteuropa Detlef ist ein Gastarbeiter im Osteuropa Detlef ist ein Gastarbeiter im Osteuropa Detlef, 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 Detlef Detlef, mach mich brag Die Fleischkäse, mach mich brag Detlef, mach mich brag Detlef ist ein Alkoholiker Oh ja Oh ja Detlef 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 ist ein Detlef ist ein Alkoholiker im Osteuropa Untertitelung des ZDF, 2020